Yo Leute, vor genau 8 Jahren habe ich mein allererstes YouTube-Video hochgeladen. Zwar nicht auf diesem Kanal hier, aber auf einem anderen. Auf dieses habe ich leider keinen Zugriff mehr, allerdings habe ich hier quasi jetzt Geburtstag. Vor 8 Jahren habe ich mein erstes Video hochgeladen. Ich hatte Fieber, habe das aufgenommen. Ich habe es einfach mal nachgemacht. Hier seht ihr das nachgemachte, neue 8 Jahre später und danach den Vergleich 8 Jahre früher. Danke und ja, herzlichen Glückwunsch, Kanal würde ich an der Stelle sagen. Servus Leute und herzlich Willkommen zu meinem Intro-Video, dass ich jetzt einen Kanal habe. Yay! Äh, dä, 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 yo. Ähm, so. Ich werde hier Minecraft-Letsprays bringen und ähm... Und ich werde versuchen, mich auch ein bisschen lauter zu stellen. Ja, ähm, ihr könnt gerne euren Freunden von diesem Kanal erzählen. Ich werde sehr oft mit Freunden aufnehmen und ähm, manchmal auch alleine. Und wann die Videos im Ablauf kommen, das weiß ich noch nicht ganz. Und dann würde ich sagen, ein saftiges Ende. Servus Leute, nicht. Tschüss. Servus Leute und herzlich willkommen zu meinem Intro-Video, dass ich jetzt einen Kanal habe. Yay! Yay! Du, 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 yo. Ähm, so. Ich werde hier Minecraft-Letsplays bringen und ähm... Ich werde mich versuchen, auch ein bisschen lauter zu stellen, ja. Ähm, ihr könnt euren Freunden auch von diesem Kanal erzählen. Ich werde sehr oft mit Freunden aufnehmen und manchmal auch alleine. Und wann die Videos im Ablauf kommen, das weiß ich noch nicht ganz. Und dann würde ich sagen, ein saftiges Ende. Servus Leute, nicht. Tschüss. Du, 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 du... Und dann炒 ذ várias Jens. Vielen Dank.